Hey, sieht alles krieg aus? Ja? Ich seh da gar... Heimbleiben! Na gut? Waffen weg! Oder Candy. Oder Candy wird sterben. Was machen wir jetzt? Ganz, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Wir werfen die Waffen ja schon weg. Wir werden die Waffen ab jetzt. Ok, Leute. Leute, Waffen weg. Ich soll die jetzt einfach hier hinlegen? Ja, es bleibt doch, willst du Candy da irgendwie? Ja, ok, ja, ok. Hier vorne liegen die Waffen. Hier vorne, der Rucksack. Wir sind unbewaffnet. Schmeiß die rüber, schmeiß die rüber. Wie soll ich sie denn rüber schmeißen? Ja, ich streng dich ein bisschen an, Paluten. Ja, hier. Zack, hier vorne. Wow! Ups. Ganz ruhig. Schmeiß dein Schwert da hin. Ok. Zack, hier. Und jetzt. Bitte sehr, sind all meine Waffen. Danke. Oh, zack. Und jetzt guck dir mal bitte ganz kurz das hier an. Was? Bewegt euch. Okay. Ja, ich mach doch. Oh, ich muss schon. Bitte nicht mir tun. Ach. Wir haben immer noch Kopfschmerzen. Das ist wohl keine gute Idee. Alles gut, Burgi. Alles gut. Ich will nicht wieder einem Schlagschmerzen kommen. Jetzt ist es genauso, Leute. Findest du ja noch einer, Alter. Willst du auch nackt rumlaufen wie Zampi? Hm? Der hat meine Kleidung geklaut. Wollen wir euch mal alle aneinander nähen? Was? Ist das, was ihr wollt? Okay. Hier hoch. Ja, her hoch. Schön, die Treppe hoch. Wenn ihr mal ein bisschen abnehmt, ein bisschen Sport macht. Was? Ich bin dünn. Oh, es bewegt euch. Bin nicht fett. Doch. Menschenfleisch hat wenig Kalorien, man. Los, Paluten. Komm. Ja, ich beeil mich doch. Ehhh. Guck mal. Oh, Candy. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst, Candy. Hab keine Angst, Candy. Manu. Okay. Jetzt schön die Schnurze. Halt aber keine Angst, Candy! Manu. Ja? Ab nach links. Links in das Haus da vorne. Was? Manu. In welches Haus? Du bist jetzt ruhig! Oh Gott. Okay. Okay. Ich bin fast tot. Das ist Candy. Gefällt mir Candy. Gefällt mir Candy. Candy. Dann solltest du dich lieber mir anschließen, als diesen Verwehren. Hör nicht auf ihn, Candy. Wir sind cool. Was willst du denn jetzt hier? Nein. Das Haus. Das Haus. Sind das da? Das hast du geschafft, Leute. Sind das rechte hier. Genau, Manu. Das hast du gut erkannt. Das ist ein Haus. Danke. Rein. Los. Sputen, Leute. Sputen. Jetzt nach oben. Alle nach oben. Komm. Das ist hier kein, kein Klassenausflug. So. Alle in die Ecke. In die Ecke. Okay. Also. Ich baue euch jetzt eine Kleinigkeit. Und ich verspreche euch niemandem wird was passieren. Okay? Ich bin schon fast tot. Manu. Ja? Nein. Nein. Ich bin fast tot. Okay. Okay. Mit nem Stock. Und ich weiß ihn auch zu benutzen. So. Schaut mal wie gemütlich das ausschaut. Guck mal hier. Hätte mich Paluten. Rette tu mich, Zombie. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. So. Hilfe. Ganz ruhig, Manu. Ganz ruhig. Alles gut. Zack. Zack. So. Ich will da nicht rein. Und noch ein bisschen verschönern. Und dann. Zack. 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 Da kommen wir dann nie mehr raus. Natürlich, Manu. Du musst mir vertrauen. Wir machen doch hier nur ein kleines Spielchen. Wir spielen jetzt das Spiel. Wir gehen alle zusammen in diesen hübschen kleinen Obsidian-Kassen. Und ich würde sagen, Ene, Mene, Mu und raus bist du. Und wie? Oh nie. Du bist der Erste. Nein. Oh Leute, rettet mich. Sehr schön. Hilfe. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Wie alt bist du Paluten? Ich bin 90. Okay. Das dauert mir jetzt. Gute Idee. Candy, du bist die Nächste. Oh. Komm. Da komm. Reiner. Ab zu Zombie. Mich kriegst du nie. Zombie. Manu nicht. Hey. Oh Gott. Hilfe. Bleib stehen. Oh Gott. Okay. Okay. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Los jetzt. Los. Ach man. Ballon hinten. Ach man. Hoch mit dir auch. Ja, ist ja gut. Bier ist gut. Licht ist gut. Alter. Ab in die Ecke mit dir. Oh Gott. Hilfe. Manu. Ja. Hey. Ich guck nur. Du kleiner kleiner. Nein. Ich guck nur. Hey. Okay. Okay. Hallo. Nein. Das ist lustig. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Hilfe. Hilfe. Du bist der Nächste. Übernachten hier nur. Morgen geht's wieder weiter. Ja. Aber für heute möchte ich dich gerne bitten. In anderen Gesellschaft zu leisten. Okay? Okay. Nein. Danke. Und jetzt Leute. Schlaft gut. Guten Morgen. Nein. Aufstehen. Nein. Hey Manu. Was ist denn los? Hast du nicht so gut geschlafen? Nee. Hast du einen schlimmen Traum gehabt? Vielleicht. Manu geh weg von der Tür. Was sind denn die anderen? Was sind denn die anderen? Palle bist du auch da? Ja. Wollen wir weiter? Ja. Na los. Kommt. Kommt raus. Alle raus. Guten Morgen. Ich hab noch eine kleine Überraschung für euch. Ich hab ein bisschen Frühstück gemacht. Das mögt ihr doch so gerne. Nein. Schweine. Nein. 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 Oh lecker. Zombie. Was? Und darf ich das nicht essen? Nein. Was ist denn los Paluten? Kein Hunger? Nein. Nimm ein großes Stück. Nimm ein großes Stück. Bin ich aber sehr traurig. Da muss ich dir wohl erst noch mal kurz ein bisschen Vanieren beibringen. Okay. Unterkommst du dich? Sofort. Okay. Zwei. Eins. Bitte nicht schlagen. Oh Gott. Oh Gott. Das Candy. Oh Gott. Okay. Und jetzt verrate ich euch wohin es geht. Kommt mal ein bisschen näher. Wisst ihr wo wir jetzt hingehen? Jetzt geht es nach Hause. Jetzt geht es nach Hause. So Freunde. Hier ein paar Boote. Es geht auf eine kleine längere Reise. Und ich bin nicht interessiert, dass ihr nass werdet. Los mit den Booten an die Küste. Wir haben es gleich geschafft. Okay. Wir sind zu Hause. Warte mal. Mir ist kalt. Das kommt mir alles so bekannt um. Ich wärme dich gleich. Ja bitte. Oho. Warst du hier schon? Oder warum? Ich weiß es nicht. Und jetzt? Hier hoch. Den Berg. Was ist das? Warte mal. Hier. Doch. Hier war ich schon mal mit. Mit Smurf. Den nachmalen. Warst du hier schon mal? MC Expert. Das ist das Zapdos Gefängnis. Uh. Bingo. So. Die Treppe hoch. Über die Mauern. Ich freu mich so. Ich will aber in kein Gefängnis. Ich auch nicht. Aber. Da wartet doch ein alter Bekannter von uns. Der freut sich so euch zu sehen. Der freut sich so euch zu sehen. Da waren auch. Da waren auch die ganzen Anfangsmutanten. Links bitte. Genau Candy. Du weißt wie es läuft. Und jetzt rechts. Zombie. Genau. Du kriegst auch gleich was warmes zum Anziehen. Warme Schokolade. Ja. Das Gefängnis ist toll Paluten. Links bitte links. Links. Sehr gut. Gleich das Treppchen hoch. Ich mags hier. Ich auch ein bisschen. Na los Paluten. Komm. Nicht so zögerlich. Es wird alles gut. Und jetzt einmal links. Dann bin ich hier gleich eingesperrt. Alle rein. Tele B1. Evil Professor Ente. Überraschung. Oh Gott. Ach hallo Paluten. So schnell sieht man sich wieder. Evil Professor Ente. Auf dieses Wiedersehen hätte ich gerne verzichtet. Das glaube ich dir gern. Aber das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Evil Professor Ente. Was willst du von uns? Oh Paluten. Das wirst du schon sehr bald erfahren. Aber jetzt bringt euch Herr Bergmann erstmal in eure Zellen. Packt Paluten diese Frau und Zombie in eine Zelle und GLP in eine andere. Ich habe etwas sehr Spezielles mit ihm vor. Alles klar. Was? Dann kommt er mit. Warum denn ich? Manu. Freu dich doch. Du bist der Auserwählte. Für was? Für eine kleine Überraschung. Candy. Paluten. Zombie. Bitte. Ich will da auch rein. Okay. Ich gehe einfach an meiner Stelle mal. Okay. Aua. Hallo Mel, komm rein. Komm mal. Mannu. Manu. Ding nochmal ganz kurz, Manu. Auf Wiedersehen. Oh nein. Was hört denn mit mir vor? Hilfe. Komm heil zurück. Benje. Jetzt darfst du einmal hier rein. Genau. Mannu. 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 Vielen Dank.